Ich hatte dir immer erzählt, dass meine Familie nicht vom Krieg betroffen war. Das stimmt nicht. Wovon redest du? Wir haben geschlafen, als wir von ein paar deutschen Soldaten der SS gefunden wurden. Sie haben den Frauen furchtbare Dinge angetan. Unvorstellbare Dinge. Wir sind sie also erst vor kurzem hergezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer, der dich vor 15 Jahren überfallen hat, am anderen Ende der Welt jetzt hier nur ein paar Straßen weiter wohnt? Louis, er ist in unserem Auto. Im Kofferraum. Wieso tun Sie das? Sie erinnern sich nicht an mich? Ich erinnere sich vielleicht an jemanden. Ich bin nicht der. Ich erinnere mich an ihr Pfeifen. Ich war nie im Krieg. Du meinst, er sieht noch genauso aus? Seine Augen. Ich werde niemals diese Augen vergessen. Ich bin kein Deutscher. Ich bin Schweizer. Geben Sie mir die Chance, es zu beweisen. Wir müssen uns sicher sein. Ich bin mir sicher. Ich muss mir auch sicher sein. Traumatisierte Personen können sich manchmal bis ins kleinste Detail erinnern. In anderen Fällen entsteht Verwirrung. Dann müssen wir ihn laufen lassen. Du glaubst mir nicht. Was willst du? Ich will von ihm ein Geständnis. Die werden uns erwischen. Ganz ruhig. Warum hilfst du ihm? Seine Frau muss irgendwas wissen. Ich bin nicht dieser Mann! Schluss mit den Lügen! Wir müssen es beenden. Es gibt so manche Dinge, die ich von Thomas nicht weiß. Hilfe!